Die Vitalwelt Hausrug News Weihnachten und Silvester rückt mit Riesenschritten näher. Ich begrüße heute bei uns im Vitalwelt News Studio Herrn Peter Gilmeier, Intendant des Musiksommers. Herr Gilmeier, was gibt es heuer noch Musikalisches? Wir haben im Dezember noch zwei Programmpunkte. Zum zweiten Mal heuer ein großes Adventkonzert, auch Adventsingen können wir das bezeichnen, denn es singt wieder der Chor Juvenis mit. Und wir haben zu Gast auch Vario Brass, ein Blechbläser-Quintet aus vorwiegend Hausrugviertler Musikern, das zu den allerbesten Österreichs gehört. Und Martin Müller-Reisinger vom Landestheater wird etwas andere Adventgedichte vortragen, da darf ich noch nichts verraten. Wird es auch heuer wieder eine Silvestergala geben? Ja, am 28.12. um 16 Uhr, dass man auch einmal das junge Publikum ansprechen kann. Wir machen teils szenisch mit Chororchester und drei tollen Solisten, unter anderem Klausi Guttler von der Volksoper und Michaela Sellinger, die war Zweite beim Internationalen Belvedere-Webörb in Wien heuer, und dem erweiterten Salonorchester. Wir spielen Teile aus Nacht in Venedig und Fledermaus von Strauß. Kann man schon eine vorläufige Bilanz über den Musiksommer 2013? Der Musiksommer 2003 war relativ heiß, nicht nur was die Rhythmen aus den 20er Jahren betroffen haben, sondern natürlich, wie Sie wissen, das Wetter. Die Konzerte im Parz waren dementsprechend gut besucht, weil es dort ziemlich kühl ist. Was die Wandelhalle betrifft, so hoffen wir auf den Umbau nächsten Jahres. Wir werden ein Ausweichquartier suchen müssen. Wahrscheinlich bekommen wir den Pfarrsaal, der ist auch renoviert worden. Und der Schwerpunkt nächstes Jahr wird sein, die Romantik. Der Musiksommer geht schon demnächst in die neunte Runde. Wie hat sich der Musiksommer Ihrer Meinung nach im Vergleich zu den Anfängen entwickelt? Der Musiksommer hat sich zeitlich und räumlich etwas auseinanderentwickelt. Das heißt, wir bespielen nicht nur die Wandelhalle und das Gästezentrum, sondern auch Kirchen, andere Orte, im Schloss Barz ist dazugekommen mit dem musikalischen Kulinarium. Und wir haben, nachdem eine große Nachfrage bestanden hat seitens der Gäste, den Musiksommer, zeitlich ausgedehnt, beginnen zum Beispiel 2004 schon am Ende Februar. Und wie finanziert sich der Musiksommer? Großteil aus Förderungen von der Vitalwelt, natürlich den Eintritten zum kleinen Teil, etwas Förderung von Land und, wie ich hoffe, in Zukunft auch von Sponsoren. Es besteht bei uns ja die Möglichkeit, ganze Vorstellungen zu kaufen. Und ich möchte auch hier wieder für nächstes Jahr und die Folgejahre bereits die Zusammenarbeit suchen mit Firmen und auch den Serviceclubs, das hat immer toll funktioniert. Und gewisse Künstler in gehobener Preiskategorie kann man sich nur in solcher Zusammenarbeit leisten. Ja, Herr Gilmeier, was kommt auf die Musikliebhaber im Jahr 2004 zu? Der Schwerpunkt Romantik. Da gibt es ja unzählige Sachen bei den Komponisten Mendelssohn und Brahms. Und ich habe sehr viele, gerade oberösterreichische Musiker diesmal eingeladen, diese Reihe zu gestalten. Es sind auch junge, aufstrebende Sänger dabei, richtige Stars sind schon dabei, die gerade dabei sind, internationale Karriere zu machen. Es wird auch im Herbst viel Literatur geben. Und wir haben natürlich auch wieder einen Sommernachtsball geplant. Herr Gilmeier, ich danke Ihnen für das Interview. Gerne. Die Vitalwelt Hausrug News Die Vitalwelt Hausrug News